Hi Freunde, wir testen heute von Klasek die 500 Gramm Silbervulkane. Es ist ein Zweierset preislich 10 bis 15 Euro. Sagen wir mal 20 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Es ist natürlich wieder ein F3 Artikel, wir haben hier aber 700 Gramm auf das ganze Paket. Es macht dann 350 Gramm pro Vulkan. Habe ich noch nicht getestet, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und testen wir mal diese 500 Gramm Brutto-Vulkane. Also bis gleich draußen zur Zündung. Hier kommen Silbervulkane von Klasek. Zwei Stückchen in der Packung. 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 Tim hat es verlegt. Ah, den hat sich auch beinahe verlegt. Wooh, denillo-ftröbel~? ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017